Hallo meine lieben Freunde, was geht? Wir kommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Oh, ein Walker. Carly! Wenn wir nicht zurückkommen sind, habe ich gedacht, dass etwas passiert ist. Was können wir tun? Larry ist tot! Sie haben auf Mark's legge und versucht, ihn zu uns zu geben! Scheiße! Ist alle anderen okay? Sie haben noch Duck und Katja in der Haus! Und ich weiß nicht, wo es Kinney ist. Okay, wir kommen in, um Hilfe zu helfen. Die Hauptgänge ist zu gefährlich. Geh nach dem Fenster und sehen, ob es eine Rückwegung gibt. Ich schaue Kinney. Hast du ein Weapon? Ich gehe nicht nach Hause ohne ihn. Ben, steh auf. Adelie, bemerke. Stimmt, die waren ja gar nicht da, ne? Ach ja! Wir müssen Kinney helfen. Wir müssen Kinney helfen. Wir müssen Kinney helfen. Kinney darf nicht sterben, ey. Andy? Danny? Ist das du? Was ist da drin? Was ist da drin? Da ist mir. Oh Gott. Scheiße. Komm her. Lass mich gehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Lass mich zurück! Lass mich nicht hier rein! Du hättest nicht hier raus! Du hättest nicht, du hättest! Du hättest nicht, du hättest! Lass mich gehen, Brenda! Lass mich gehen, Brenda! Lass mich hin, dich lebst! Lass mich gehen, bitte! Lass mich stehen. Lass mich ein wenig weg hinaus. Lass mich noch einmal. Lass mich auf dich. Lass mich jetzt! Lass mich nicht hier! Lass mich aus, gehen Sie! Was hat er doch gar nichts gemacht? Come on. Kann ich noch irgendwas anderes hier? Nee, ne? Kann ich wieder weggehen? Kann ich auch nicht. Hä? Okay. Stopp right there, I mean it! Think about what you do. It doesn't have to end like this. A killer, Lee. Just let me go. Stay back! Don't do innocent stupid! Willst du sie auch nicht killen? Willst du sie auch nicht killen? Schau, was du zu ihm getan hast! Stopp! Ich meine es! Wir sind auf deren Farm gegangen, haben da ein bisschen was mit so geholfen und so weiter und so weiter. Dann haben die uns Essen angeboten. Auf Natur vorher wurde einer angeschossen von unseren Leuten. Und wie sie sich jetzt herausgestellt hat, haben die den nicht verarztet, sondern ihm die Beine abgehackt und daraus das Festmahl gemacht. Und die Frau, die sie festhält, ist eine Tierärztin, hat halt ihren Crew geholfen und so. Und die haben sie halt erstmal noch bei sich behalten und die anderen von uns haben sie halt weggesperrt. Und ja. Jetzt hält sie sie fest, weil die ganze Familie irgendwelche Schäden hat. Und die haben sie halt geholfen, woher ist Kenny? Ich sagte, nicht zu gehen, Scheiße! Du kannst nicht schlafen, Scheiße! Oh mein Gott! Lass ihn gehen, verdammt! Das wird nicht passieren! Andy, komm! Schau! Ah! Ich bin dran! Kenny! Willst du nicht Kenny? Ich bin dran! Ich bin dran! Schau, was du getan hast! Schau dich. Schau dich? Was für, hm? All we wanted was some goddamned gasoline! Gut, dass da kein Elektrozone steht. Geh! Get the fuck up! Geh! 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 Geh weg! Ich geh weg. So, Björn, hattest du jetzt alles verstanden, warum sie festgehalten hatten und so? Oder ist noch was unklar? Geh weg! Geh weg! Er hat ne geschwunden. Alles klar, gut. Also, die Familie sind halt Kannibalen und die wollten halt uns alle essen. Also, alle dieser Familie, also alle von uns in unserer Gruppe essen. Und... Ja, deswegen... Ist grad alles so gelaufen, wie es zu laufen hatte. Wie es gelaufen ist, mein ich. So. Ui, ist doch mein K... äh, äh... Hey, Lee. Ich würde sagen, ich entschuldige, dass ich das Motel unentendlich verlassen habe. Aber, du weißt. Ich bin froh, dass du da bist, wenn du da bist. Wenn du nicht das Schild an Andy hast, wir vielleicht nicht mehr von da sind. War sie wirklich... ...killingen Menschen? Für Essen? Ja. Und Clementine fast hat etwas. Aber... Ich habe sie verraten. Ich kann sie nicht alleine lassen, Carly. Diese verdammte Welt jetzt. Sie ist einfach nur... ...unsprüngliche Scheiß auf jeden Fall. Katja hat das geschafft, während sie in der Haus war. Sie sagte, es war mit deinem Essen. Ja. Ich habe es gefunden, während ich mich für die Leute, die Mark schraubten. Hast du es? Warum nicht du es? Es hilft manchmal, es hilft, etwas zu haben, das du deine Gedanken über dokumentieren kannst. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin nicht so jung, wie ich damals war. Ich bin nicht so jung. 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 Was denkst du? Es wird alles gut. Lilly wird es überrascht. Sie muss es. Sie ist besser für uns für uns. Du bist richtig. Das R.V. nach dem Motor Inn ist gerade bereit. Ich möchte Sie mit uns kommen. Ich meine es. Okay. Ja. Komm schon, Clementine. Bleib dran. Lee, sind diese schlechte Menschen totale? Wir haben sie nicht zu töten, also ich weiß nicht. Sie vielleicht haben sie können weg von den Walkern. Aber ich bin sicher, dass sie nicht nach uns kommen. Das ist gut. Hey, Papa. Was ist das Geräusch? Was ist das Geräusch? Oh, Gott. Nicht mehr von uns. Was ist das Geräusch? Was ist das Geräusch? Was ist das Geräusch? Äh. Hallo? Ganz leise. Shhh! Biggers. Oh, crap! Baby, you gotta see this! It's a shitload of food and supplies back here. Weeeee! That's nice! This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? He's a good one. He's a good one. He's a good one. Oh, God. He's a good one. Oh, God. He's a good one. You know what it means. Fine. Suit yourself. The rest of us are taking this stuff. Okay. What have we got in here? Look, there's more food in that box. They have antibiotics. What else do they have? See if there's any water. Here. Got it? Got it? Lee, there's a hoodie in here. Could probably fit Clementine. She's good. Thanks. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here. You can have some, too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Hehehehe. Oh, god. Lee. You're gonna want to see this. Oh, shit. If you need it, it's no Diebstahl. All right. Achievement. Jake, Bart, Linda, and all y'all fuckin' sickos from the save lots! They call y'all bandits, but you're fuckin' raped as mo- Oh, darling baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No, Clementine. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I'll find it, how I'd go. You're all thinking you're safe. Sitting there, acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. People who do... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Okay. That was already the episode? Oh. Making is done, pal. Ain't nothing left. We gotta get the hell out of here. Lee, I need you to back me up on this. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phase is going. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? But we killed her dad. We did kill her dad. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, alright? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Yeah. I had no time left. I had no time left. I had no time left. Man. You and she make it to me again. Before Danny's shot. Okay. They helped Larry to kill. You and 31% of the players helped Larry to kill. I had no time left. I had no time left. 82% of the players have the St. John's brothers not been able to kill. All right. They had no time left. They had no time left. 44% of the players had no time left. Yeah. I'm gonna have to do that. Oh no. Oh no. I'm going to do that. I'm going to do it. Immer to do that. Egal what she does. We need to do it. We need to do it. She must be aware of her. She's to realize that we're there. So, guys. That was with this episode. I hope it liked this video. When you are, then know the part. We'll see you all next time. Bye. Outdreiner.